Und es geht weiter hier bei Pokémon Schwarze Lesion 2. Wir wollen jetzt mit dem Schiff fahren. Aha. Ist auch der Weg nach Halles Studio, oder? Hey Captain, lass das Schiff mal sehen. Auf dass du so stolz bist. Darf ich hier und lang bitte? Ernsthaft. Das ist die Sintekt, und ich dachte nicht, dass man umsonst rüberkommt. Die hoffentlich hatten sie ja angehen und war fort. Also schweiß nicht wie, ich hatte es ja viel gelöst, als ich dachte. Aber das spielt keine Rolle, das heißt... ...und die Sintektor, es ist ja auch ein wenig. Die Plasma können sich auch so gut bestimmen, wir entwischen sie nicht. Hey da, lass uns unsere Zack-Daten in dieser Klasse registrieren. Von wir haben wir uns... Oh, genau, und schließt sich ein Gnospaper als Eventuosity. Das macht uns nicht schön. Haha, sehr geschützt wie seltsam. Der Ball ist jetzt auch so etwas. Was, steht denn da? Sehr geschützt wie cool. Eine Herzschüttelung, das fehlt mir nicht so. Oh, Mensch. Unwichtige Sprecher, also, mal sehen. Denn jetzt müssten wir die ersten richtigen 3D-Effekte irgendwann anstatt kommen. Hier dachte ich mir schön. Okay, wenn auch zu heute noch ein Schützeheck, so startet sich die. Zuerst mal hier, am Schlicht, also zunächst mal möchte ich dir dieses Fahrrad als Start herbegeben. Oh, traumhaftes Fahrrad. Und das Fahrrad in mir zuerst. Na gut, dann noch etwas Fahrrad, die ist klasse. Ah, so kann man es aufrufen. wir gehen dann einfach mal mit dem pokémon, mal sehen ob ich es schon kämpfen kann wie gehts? Wo? Hm? Ich hab die Rote 4 über dich noch nicht. Es muss irgendwo die Arena sein und sie suche ich. Okay. Oh. Oh, Münsterbundel. Was? Okay, ich spreche da mal doch jeden an. Geh mal ein Swat drinnen. Mein Freund stirbt sich stets und es brötet mich zu Katastrophen. Tauscht, das sind halt tauscht. So, jetzt suchen wir mal die Narbe hier nach hinten. Sich. Chia, mein Hiram. Herryra, társcht jaeran. Er ist hier an Erlert. Nein, meine Nachfeuer, der michstreng ist ein. Wahrscheinlich, dass ich ein Hiram... Schropp, dass ich eigentliche die Vorur admitze. Ach, mehr. Oh, Hannu nutzt ihn wieder. Und die Lage ist die. Artie ist im Augenblick leider nicht hier. Hm. Täusche ich mich aber, dass es langsam zur Bewohner, dass Artie auf einmal im Verspulhaus verschwindet. Sag du mal, wer kreativen Schaffensklauch und dann verlässt er plötzlich. Ja, ja. Um dich irgendwo anders Inspiration zu holen. Und so bist du? Die Plasma? Was hat sich da vor zwei? Lauf schon los. Jeder muss sein. Schatzfähigkeiten zu stecken. Also helfe ich dir natürlich. Ich glaube, ich weiß, wo sie denken. Ach, die Lieder. Das stimmt nicht ähnlich. Ich glaube, sie sind auf Wohlen abgefahren. Und hier wirst du in Pokémon Center zusammen. Weißt du was das ist? Auf dem Pokémon Center. Also 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 auf dem Pokémon Center. Ja, da habe ich es nämlich. Ich schaue ihn von Pokémon Center. Es geht jetzt zum... Z4. Z5 wäre ein Ort, der wird in den 1.2 Schalten einloggen. Okay. Gut, lange. Was ist denn los? Lass uns mal nachsehen. Da ist der Eingang zur Kanalisation. Ob man sich da wirklich hineinwarten sollte? Hast du ihn das mal gesehen? Oh ne. Wo sind sie denn nur diese direkten Pokémon-Dier? Mal sehen, da gibt es eigentlich nur noch einen Einziger. In dem oder noch den ganzen Haus. Da kommt, die müssen wir helfen. Na ja, das ist perfekt. Geil, nichts zu überstecken. Dann gehen wir mal einfach mal in die Kanalisation. Ich bin noch in die Kanal, Gata. Du musst stärker werden, oder? Ich glaube nicht, ich kriege die Leute anzukommen. Keine Sorge, ich kümmere mich. Und die Heilung unserer Pokéons. Bereit nach dir. Alles klar, machen wir Besucher. Na, viel Klasse. Taucht natürlich wieder Pokémon aus. Super! Ich könnte nicht nur X-Bug machen, aber... Oh! Ich habe viel mehr nachgegeben. E-Fo-Zero. Ich hätte mir auch gedacht, Top-Shot-Problem sein. Ich hätte mir auch gedacht, Top-Shot-Problem sein. Ich hätte mir auch gedacht, Top-Shot-Problem sein. Ich hätte mir auch keinen Sinn machen können. Und ich hätte mir auch die... Ich hätte mich doch einen Sinn machen. ich will das shiny haben. Scheiße! Elend ist scheiße! Scheiße, shiny haben. Das ist mein zweites shiny in mein Leben erst. Ich will das nicht durch die Leppen gehen, wie das letzte shiny Pokémon, den sich hatte. Los! Der wird gleich drauf gehauen. Ja, ich hab shiny gefangen! Ich hab einen shiny 2-Bot gefangen! Geil! Shiny 2-Bot! Nein! Vielleicht machen wir doch einen x-Bot, einen shiny x-Bot. Hol mal einen shiny erst mal ab. Ich will das mal topschützeln. Ey, geil! Jetzt hab ich einen shiny Leute! Ich hab einen shiny! Zoom entwickelt sich durch Zuneigung zu x-Bug. Das kann schnell oder auch eher langsam gehen. Punkt, wer sitzt da vor meinen... Oh, du willst das Pokémon hier aus? Na, tut mir leid. Ich wollte dir nicht wegstehen. Kennst du schon das Geolet? Ja. Da geht mir meinen shiny Zubat. Ich glaub, ich muss den Hutter nehmen erst mal. Ablegen, Mag-B. Mitnehmen, mein Zubat. das beste ist ich hab's aufgenommen so dass es wirklich legales zu hat ist das schein hier ist das wird dann gleich mal man muss halt einen shiny x packen nein ich wollte es erst mal angucken was zubat traumhaft leute guckt es euch an mein erstes legales shiny pokémon die ich überhaupt gefangen habe mein letztes schein warum die drüber habe ich getötet das war das erste und das ist das zweite jetzt die gas erst jetzt eigentlich schon ein paar schüttet aber das ist ja nicht egal geil geil ein scheinen stratt ist auch pokémon ja wurde ja 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 Das ist super. Jetzt kann man nämlich hier formen. Weiblich-männlich. Ah, hier, das ist Schillons. Männlich-schillernd. Gut. Dann möchte ich erst im Moment super trainieren. Achso, ja, ich wollte jetzt auch Schiss kaufen. Schiss, schiss, schiss. Schiss, schiss, schiss. Kaufen wir uns mal Fimler. Ah, mit Geld reicht die Fimler aus. Entschuldigung, zwei Fluchtseile noch. Vielleicht brauchen wir schon immer noch mal. Ja, das ist nicht mehr, nein. Doch. Verkaufen. Ich treffe. Ja. Mini Pils. Ehm. 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 Na gut, wir füßen nur einmal. So, schönes Side-Tuber haben wir jetzt. Nein, nein, nein. Jetzt mach ich mal kurz den Cut hier und wir machen dann gleich weiter.